Die Dunstabzugshaube reinigen wir mit Fettreiniger und einem grünen Tuch. Zuerst entfernen wir die Siebe und benetzen sie in der Spüle beidseitig mit Reinigungslösung. Während der Einwirkzeit von 30 Minuten säubern wir die Abzugshaube. Dazu geben wir etwas Reinigungslösung auf unser Tuch und wischen alle Oberflächen ab. Falls nötig, wiederholen wir den Vorgang und wischen ein zweites Mal. Sind alle Verschmutzungen entfernt, waschen wir unser Tuch gründlich aus und neutralisieren die Oberflächen. Anschließend polieren wir mit einem trockenen Tuch nach. Jetzt reinigen wir die Siebe und neutralisieren gleich mit Wasser. Nachdem wir sie getrocknet haben, setzen wir sie wieder in die Dunstabzugshaube ein.